So, noch ein kleines Stückchen und hier kannst du stehen bleiben. Okay, sag, sag, sag! Okay, ne, ich sag's dir nicht. Ich zeig's dir. Warte, ich dreh dich noch mal kurz um. Warte, nein, stopp, stopp. So, jetzt. Und jetzt kannst du die Binde abnehmen. Also die Augen. Oh, wie cool! Also ich schenke dir nicht das Karussell, sondern wir feiern zwei Jahre Love and Sex. Zwei Jahre machen wir das schon. Cool, ha? Ja, geh mal runter. Ja, natürlich mache ich noch ein Experiment in eigener Sache, denn ich habe gehört, auf einer Achterbahn kann man sich verlieben. Das heißt, ich teste für euch, ob man danach anders fühlt, wenn man zusammen Achterbahnen fährt. Quang! Ja, ist sehr gut! Ich bin sicher, hier. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Danke, dass du mich gewinnt hast. Ja, klar. Ach! Ich habe gewonnen! Oh! Anstrengender als ich dachte. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Die ganze Zeit die Show Musateum an. Weil Frauen finden, die Show ist geil. Das würde ich dir noch ein bisschen in Stimmung bringen. Weißt du was, Lars? Ich bin mal mit der Rede. Komm mit. Lars, ganz schön sexy Jungs da vorne. Ein bisschen durchtrainiert. Das muss ich mir vorgeben. In the streets, I'm the man, on the mind, come a king. It's like the whole room, like a fire, we live. Aber du musst schon zugeben, waren schon sexy Jungs, oder? Ja. Aber die Show war geil. Ja, die Show war gut. Komm, Lars, wir holen dir was zu essen, okay? Okay. Das werde ich nie zu Hause machen. Ach, Mann! Stell dich nicht so an. Komm, lass mich mal essen. Du hast doch wohl viele. Zu Hause kann man dir nicht nachmachen, ich hab gelogen. Komm, wir gehen auf die Achterbahn. Ja, gut. Ja, wir gehen jetzt zur Black Mamba. Ja, und... Mal gespannt, ne? Boah, Lars, ich freue mich! Ich glaub, ich hab dein Herz selber angedacht. Guck mal, wie hoch das ist! Cool! Oh, Lars, ist so geil! Danke, danke, danke! Oh, ich bin's! Oh, ich bin's! Oh, ich bin's! Oh, ich bin's! Oh! Oh, oh, oh! Ja! Oh, ich bin's! Oh! ARD Text im Auftrag von Funk Musik Jetzt ne ruhigere Fahrt, was? Nein, wir sind nur Freunde. Was? Hallo zusammen! Musik Ja, jetzt ne etwas ruhigere Fahrt und mal sehen, wie das so klappt. Mal sehen, wie das so... Oh, ja gut. Jetzt muss ich wohl doch alleine fahren. Musik Ja, das ist blöd gelaufen, was? Das ist blöd gelaufen, was? Aber es war lustig! Ja, glaube ich. Ist das auch drauf? Äh, ne. Nein? Hat leider nicht mehr geklappt. Tschüss! Ja, tschüss! Merkst du eigentlich irgendwas? Nee! Nee! Also komm ich dir nicht irgendwie attraktiver oder sympathischer vor? Das war mein Kumpel! Ja, Kumpel! Cool! Also, okay. Für die Zuschauer da draußen, der Test hat nicht geklappt. Also es klappt nicht unbedingt gezwungenermaßen, wenn man zusammen Achterbahn fährt, dass man sich ineinander verliebt. So viel dazu. Aber ich möchte noch was sagen. Ich möchte sagen, vielen, vielen Dank an das Phantasialand, dass wir heute hier drehen durften. Und natürlich vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr seit über zwei Jahren Love & Sex schaut. Genau. Also immer fleißig weiter kommentieren, dass wir schöne Ideen zu Videos haben. Und apropos, wie fandet ihr es eigentlich, dass wir heute mal woanders waren? Oder sollen wir das öfters machen? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Und hier unten findet ihr wie immer zwei weitere Videos. Und hier oben rechts könnt ihr abonnieren. Genau. So, wir teilen uns mal eine schöne Zuckermattung, okay? Ja, aber pass auf, da hast du, glaube ich, gerade geschlagen. Entschuldigung. Das war's. Amen.